Liebe Wählerinnen und Wähler von Eichgraben, ich rede gar nicht lang herum. Elisabeth Götze soll die erste grüne Bürgermeisterin von Eichgraben werden. Ich durfte sie in den letzten Monaten kennenlernen als gleichermaßen engagierte wie kompetente Frau und als Abgeordnetenkollegin. Sie kann gut zuhören, sie kann auf die Menschen zugehen und aus den gemeinsamen Gesprächen entstehen oft gemeinsame Lösungen. Und das ist doch auch gut für Eichgraben. Ja, und Eichgraben ist bereit für die erste Bürgermeisterin.